So, wir sind im Weißen Haus, ne? Leider unten drunter. Holy crap. Beheilung zum Weißen Haus, Bewegung! Bewegung! Weiter feuern mit den 240 Bravos. Mehr Leute auf die linke Flanke. Heilige Scheiße, ey. Oh, da hab ich wohl ein bisschen gerusht, wa? Scheiße. Mann. Wie geht die Situation, Sir? Hier sieht alles gut aus, Asch! Wir weisen aus, gibt es immer noch braun! Und jetzt bringen sie auf der linken Flanke vor! Epic Musik. Ich bin schon lange da, du Pflaume. Hä? What the fuck, ey? Jetzt fängt das schon wieder an. Oh, Mann. Ach, ich bin nicht ganz von vorne. 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 Dann, die Tür! Dann! George, hören Sie das? Darum müssen wir weg hier! Und jetzt die Tür! Roger! Okay, wie gesagt, um das Gebäude und die Stadt zu sichern, weil die soll plattgemacht werden mit Bomben von der USA, sollen wir mit grünen Leuchtsignalen auf dem Dach des Weißen Hauses Bescheid sagen, sozusagen. Na doch, das kommt hin. Das kommt hin. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, ich gehe drauf, ich gehe drauf, ich gehe drauf. Oh, ja, ich rush wieder zu viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh, oh. Ja, entspann dich, ich habe genug Probleme hier. Oh, oh, jetzt aber schnell. Beeilung. Beeilung. Boah, zum Glück. Oh Gott. Das war echt. Wenn die Zeit reif ist. Wenn die Zeit reif ist. Das war eine harte Woche, meine Herren, wir haben noch viel mehr verloren. Ach, damn it. Aber wir werden uns erholen. Da, da bin ich jetzt. Oh, so eine Scheiße. Ihr habt nichts verpasst. Okay. Und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchttoten ab. Jetzt. Ähm. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern. Leider nicht, Monsieur. Ja, sorry für das Ding eben. Irgendwie hat sich das total aufgehangen, gehängt. Aber jetzt läuft sie wieder. Ja. Angriffsteam los. Makarov bei Sichtkontakt angreift. Da hinten müssen wir. Da müssen wir hin. Verstanden. Los geht's. Los geht's. Wer ist das? Neon und Neptune. Und hier haben wir Ozone. Oh. Runter. Heilige Scheiße. Ziele. Linke Seite. Linke Seite. Hinterhalt. 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 Oh. Mein Gott. Oh Gott. Wieso bohrt hier jemand? Ich hasse Samsttage. Ich liebe Samsttage, aber nicht wenn hier rumgebohrt wird. Okay, unkaputtbar. Oh. Beide kaputt. Jetzt gehts ab. Vorstoßen. Beste wo gibt. Beste wo gibt. Das war knapp. Oben ist noch einmal vorstoßen. Okay. Okay. Ich bin hier. 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 Jipi. Verstanden! Oberste Stockwerk sicher. Roach. Sie gehen mit Scarecrow und suchen den Kerner nach Feindaktivität. Einbrechen und sichern. Los. Das machen wir doch mal glatt. Ui, lecker. Die nehmen wir mal mit. Und dann nehmen wir noch... Was haben wir denn noch leckeres hier? Hm. Die ist doch köstlich. Ne, die hier ist köstlicher. Die. Und weggebombt. Keller gesichert. Verstanden. Keller sicher. Alles gesichert. Lauf bei mir, Sommel. Fotos. Scarecrow. Roger. Shepard, hier Ghost. Kein Zeichen von Makarov. Wiederhole. Kein Zeichen von Makarov. Captain Price. Irgendwas in Afghanistan. Vieles. Mindestens 50 Typen, aber kein Zeichen von Makarov. Vielleicht hatten wir falsche Information. Die Qualität der Informationen wird sich ändern. Dieses Versteck ist eine verdammte Goldmine. Verstanden. Ghost, lassen Sie Ihren Trupp alles für einen Einsatzbericht einsammeln. Namen, Kontakte, Orte, alle. Sind schon dabei, Sir. Makarov kann nirgendwo hin... Mit diesen Worten beenden wir den Part jetzt. Ich danke fürs Zusehen. Entschuldige die Scheißheit meines Grabbers, aber ich denke mal, es geht noch ungefähr durch. Euter Applaus rein. Euter Applaus rein. Euter Applaus rein.